Und werden uns da unseren Stein holen, den wir benötigen. Das hier müsste ich eh oder so wegmachen, genau. So oder eh oder so oder eh. Müsste ich das wegmachen und deswegen werde ich das gleiche wegmachen. Übrigens finde ich die Playlist bis jetzt an einigen Stellen ziemlich gut, an einigen Stellen ein wenig übertrieben nervig. Das zum Beispiel ist, glaube ich, eher was für eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ich das auch jetzt so mache, dass ich mir dann vielleicht verschiedene Playlist zulege. Aber ich werde nicht so einfach switchen können, weil ich mich damit noch nicht so weit auseinandergesetzt habe. Das musste ich übrigens auf jeden Fall reinpacken, das Lied. Weil das ist eins meiner Lieblingslieder. The Dragon Door, Spirit of Arma Kuni. Das musst du mit rein. Ich hätte auch wirklich gerne den Soundtrack von Fluch der Karibik mit reingepackt. Weil ich zudem auch geile Dinge gebaut habe. Also damals die, ähm, die, das Rubenthal, was ich auf meinem, auf meiner, jetzt der letzten Showwelt gemacht habe. Das ist ja damals entstanden, während ich pausenlos Fluch der Karibik Musik gehört habe. Das ist echt schlimm. Wir wollen die Hühnerfahrung machen und sitzen hier die ganze Zeit. Für den Stein. So. Okay. Nicht weitergeht mit den, ähm, Weltwundern. Das ist ganz einfach der Grund, dass ich im Moment auf meiner Hauptwelt kaum spiele. Zurzeit schon wieder, ja, aber da bin ich jetzt zur Zeit im Never unterwegs. Dann baue meine Never-Verfestung weiter aus. Das heißt, mit dem Weltwundern wird es jetzt erstmal wieder ein bisschen stagnieren. Finde ich auch sehr schön, dass ich das jetzt im Let's Play so mit ankündigen kann. Damit da nicht immer Verwirrung entsteht, wenn das nicht weitergeht. Also das zur Zeit nicht mehr. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Oh, kann ich dir durchs Glas angucken? Nee. Komm her. Gut noch. Achso, ja. War klar, dass das nicht funktioniert. Äh. Ist klar. Komm rein, Notch, komm rein. Immer willkommen. Wow, 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 wow. Mach mal einen ruhigen. Ja. Juhu. Enderpernen sind immer cool. Zwei Stück. Gute Nacht. Sie schlafen erst mal eine Runde. Juhu. So. Da brennt jemand. Hallo da drüben. Darf ich mitbrennen? Ich will mich gerne eure XP haben. Dankeschön. Level 37 sind wir schon. Das ist schön. Also ich hab's mal auf meiner Hauptwelt geschafft. Auf Level 50. Aber dann hab ich aufgehört, weil ich enchantet habe. Na ja. Okay. Ich hätte natürlich gleich das... Ich hätte den ganzen Stein mitnehmen können gleich. Ja. Und nochmal runter. Autsch. So. Mehr Fenster wollten wir reinbauen. Auf jeden Fall bauen wir hier mehr Fenster rein. Das werde ich die Aufnahme sicher auch noch machen. Wenn nicht, dann bin ich mir selbst sehr böse. Weil ich jetzt schon mal mit dem Baum angefangen habe. Und dann die Tafeln hingehangen. Dann hab ich gesagt, gebauen am Haus weiter. Und dann baue ich natürlich nicht am Haus weiter. Das kann ich ja nicht bringen. So. Wir machen das gar nicht so riesig, die Farm. So. Dings kaputt. So. Holz. Eins. Holz. Zwei. Dann haben wir eine Holzsotte wieder weg. Und dann machen wir uns mal zwei Schaufeln draus. Die kann man ja immer gebrauchen, die Schaufeln. So. Und dann, hier geht's weiter. So. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir das hier auch zumachen. Mir das wirklich wie so eingelassen ist. Mach's quatsch. Hier. So. In dem Fall müssen wir da den Hügel noch verändern. Ich mag das nämlich nicht, wenn... ...so Zweier- oder Dreierhöhen hier sind. Bin ich kein Fan von. Ja, klasse. Nimm ich hier hinten mal noch ein Stück weg. So. Es sah eh komisch aus mit diesem Absatz hier auf hinten. Dass zumindest das hier noch verändert wird. Weil ich mein, das kannst du nicht so lassen. So. Es reicht jetzt aber. So. Okay. Wollen wir auf jeden Fall noch mehr Schilder. Ich hoffe, das kriegen wir erreicht, was wir jetzt hier machen. Zum Glück kriegt man jetzt mehrere Schilder raus. Äh. So. Also hier war das. Man braucht das Wasser. Dann muss ich noch eins runter. Dann kommen hier die Schilder dran. Hier kann man wieder ein bisschen verschmulen. Weil hier hinten, das sieht ja eh keiner, wenn wir da nicht... Wenn wir da keine Dings machen. Das ist ja auch mal. Hier genau so. 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 Wop 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 wop. Wop wop wop. ein. Dann haben wir hier jetzt die Schilder. Hier ist das Wasser. Das bedeutet zu viel wie, wir müssen noch einen runter. So, da kommt auf jeden Fall wieder viel Erde zusammen zum Terraform. Gefällt mir. So, dann sind wir jetzt noch einen runter. Da kommen hier die Schilder ran. Hier ist das Wasser. Und dann kommt hier der Wasserabfluss. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja. Auch gut. Gefällt mir auch. Also da noch ein runter. So, da kriegt mal gleich wieder ein bisschen Stein. Und ein bisschen Mauer ist jetzt auch schon vorhanden hier. So, hier geht es dann ein... Oh, das wollte ich nicht. Hier geht es dann runter. So, hier. Hier. Ja, hä? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Okay, das ist falsch. Dann fließt das hier rein. 1, 2, 3. Und dann fließt das hier rein. 1, 2, 3. Und dann 1, 2, 3. Und... Okay. Gut. Dann runter. Und dann... natural.